Hallo Jörg Vormann hier mit einem neuen kurzen Erklärvideo zum Thema Isolation und Traumakonditionierung. Ich weise gleich vorweg darauf hin, dass das Video durchaus verstörende Inhalte besitzt und für Menschen, die sich gerade aktuell akut in Krisen befinden oder die möglicherweise gerade sich einen Angstfilm nach dem nächsten reinschieben, ist das vielleicht nicht so gut sich das anzuschauen. Das hier ist eher etwas für Menschen, die in der Lage sind, aktuell Top-Down zu regulieren und ihren Verstand auch zu benutzen. So und genau, es geht eben halt um das Thema der Isolation. Steven Porges hat ein neues Paper rausgegeben, da hat er dann übersetzt gesagt, ähnlich wie andere Säugetiere ist der Mensch eine soziale Spezies. Diese Tatsache hebt besonders hervor, dass das Überleben des Menschen von der Ko-Regulation seines neurophysiologischen Zustandes durch soziale Interaktion abhängt. Ohne diese Ressourcen, die da eben zugehören, wie zum Beispiel Gestik, Mimik, Intonation und so weiter, sind wir anfällig dafür, uns in adaptive Abwehr- und Verteidigungszustände zu begeben. So, Porges hat ja auch gesagt, dass die Mimik den polyvagalen Zustand spiegelt. Wer jetzt nicht versteht, was damit gemeint ist, der kann sich ja gerne mein Video zum Thema Vargus nochmal anschauen und Polyvagal-Theorie, was ich mal vor gut ein, zwei Jahren gemacht habe. Da habe ich das alles sehr genau erklärt. Noch mal kurz, wenn wir gerade als Kinder, also je kleiner wir sind, brauchen wir also die Regulation eines erwachsenen Nervensystems. Genauso ist es auch, wenn wir im Stress und in Krisen sind. Wenn wir diese Regulation brauchen, brauchen wir eben auch Kontakt, Berührung und Gestik und Mimik. So, und das brauchen Kinder permanent, könnte man sagen. Und wenn das rausfällt, dann geht es gleich im Grunde über, in relativ zeitnah über, in Fight-or-Flight-Zustände. Insofern das nicht in irgendeiner Form abgefangen oder abgefedert werden kann. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass jedes Kind, das jetzt eine Maske trägt und ein Erwachsener sieht, der eine Maske trägt, automatisch in diese Zustände reinkommt. Bitte jetzt nicht fehldeuten. Aber man könnte das jetzt mal beziehen auf so zum Beispiel Zwangsquarantänemaßnahmen oder Isolierung der Kinder in den Wohnungen und diese Dinge halt. Oder den ganzen Tag diese Masken zu sehen. Oder jetzt über Wochen und Monate die Mimik immer mehr runterzubrechen. Unter Androhung von eben Strafen, Todesfolgen oder Zuschreibungen, dass sie dann für den Tod von anderen Familienangehörigen oder anderen Menschen verantwortlich sind. Das ist dann schon mal eine andere Hausnummer. Ja, also wir haben, wir haben ja die Isolation seit jeher im Bereich der Folter schon immer gehabt. Jeder, der mal Hausarrest hatte, weiß, als Kind weiß, was ich meine, wie schlimm das ist oder sein kann. Und ja, die Folter ist seit jeher in allen Kulturen irgendwie immer wieder verbreitet gewesen, mehr oder weniger. Auch in unseren Kulturen gibt es das nach wie vor, diese Praktiken. Wenn man da an Gustl Mollat denkt zum Beispiel oder auch an andere Dinge, die so passieren, Tag ein, Tag aus. Was man jetzt zum Beispiel auch hört, immer wieder im Bereich des Kindesmissbrauchs und so weiter. Oder des Menschenhandels. Da gibt es natürlich extreme Formen nach wie vor, die relativ wenig Beachtung in den Medien finden. Und wenn sie mal jemand benennt, wird es häufig ins Lächerliche gezogen. Da kann man sich auch mal fragen, warum das so ist. Ja, weil diese Sache in Münster jetzt, mit dieser Laube da, da heißt es, dass ein Beamter 30 Jahre rund um die Uhr diese Sachen gucken müsste, die da aufgenommen wurden, um das durchzuschauen. Ja, also, und wie sehr einen das mitnimmt, das sieht man allein schon daran, dass eben, wenn Beamte das regelmäßig machen und gucken müssen, oder auch Therapeuten, die das oft hören, solche harten Geschichten, dass die eben auch Probleme kriegen. Daran sieht man eben, wie das eben auch funktioniert. Also, wie wir eben auch damit interagieren mit dem Anderen, auch wenn es nur in Bildform ist. Genau, und wie gesagt, also Menschen, Säugetiere brauchen sozialen Kontakt. Ansonsten haben sie Schmerz. Also, sowohl erstmal mentalen, dann auch einen körperlichen Schmerz. Und die Isolationsfolter, die wurde ganz gezielt benutzt, um seit jeher Menschen auch zu brechen, um sie gefügig zu machen und eben, um sie empfänglich zu machen für Suggestionen und für Propaganda-Einflüsse. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und dazu gehören eben alle möglichen parallel ablaufenden Zustände, wie Ängste, Depressionen, Schlaflosigkeit, psychische Erkrankungen, physische Erkrankungen und so weiter. Aber auch Virenanfälligkeit, interessanterweise. Das hat ja Herr Streeck auch gesagt, dass wir momentan alles dafür tun, das Immunsystem platt zu machen. Das ist ja auch so. Da müsste man jetzt wieder die Frage stellen, wem dient es? Ja, wir wissen auch, dass die Raten der psychischen Erkrankungen durch die Decke geschossen sind in Deutschland. Und auch da ist wieder eine Deckungsgleichheit mit dem, was ich hier sage. Das hat man eben, wie gesagt, schon sehr, sehr lange erkannt. Die ganzen Folterpraktiken, die es auch im Mittelalter und sonst wo schon gab, das hängt ganz häufig auch mit dieser Thematik zusammen. Und ja, wie gesagt, Kinder, die eben missachtet werden. Da gab es ja auch schon vorzeitige Untersuchungen zu. Es wird immer gesagt, Kaiser Friedrich II. habe ich auch noch letztens zitiert. Es steht das aber wohl in Frage, ob das tatsächlich so genauso gelaufen ist. Aber Kaspar Hauser und so weiter gibt es ja genügt. Andere Beispiele auch, wo das gezeigt wird. Und ich habe auch ein Video gemacht zum Thema Isolationsschmerz indirekt mit den Elektroschocks. Ja, das war so ein Milgram 2.0, allerdings im freiwilligen Selbstversuch. Da ist ein Großteil der Leute heutzutage gar nicht in der Lage ist, 15 Minuten alleine in einem leeren Raum zu sitzen. Dass sie sich ein Großteil anfängt, lieber selber zu Elektroschocken oder anfängt, Tonnen von Süßigkeiten zu essen. Kann ich auch nachher am Schluss des Videos nochmal verlinken. Das ist das andere Video. Genau. Also physischer Schmerz schützt uns vor physischem Schaden und emotionaler Schmerz versucht uns vor seelischem Schaden zu schützen, was jedoch oft nicht gelingt. Nun ist es halt bekannt geworden, dass wir eben infolge von dem zum Beispiel Isolationsschmerz oder durch Extremstress oder durch andere Folterpraktiken eine, wie ich gerade schon sagte, enorme Steigerung der Suggestibilität erreichen. Die größte wahrscheinlich. Ja, und das heißt, dass Menschen, die sowas erfahren und schon sehr früh erfahren, wie so ein lebenslanges Programmlaufen haben oder möglicherweise ein Tor offen haben in ihrem System, das dafür sorgt, dass sie für diese ganzen Programmierungen und Angebote zur Programmierung eben empfänglich sind. Könnte man auch wieder fragen. Cui Bono. Wem dient es? Ja, und da werden eben auch ganz gerne dann die Programme, diese Trojungsprogramme von den wichtigen anderen reingenommen, reingepackt oder in der Psychologie sagt man introjiziert. Das heißt geschluckt und nicht verdaut oder nicht zackhaut. Und ja, an dieser Stelle sind jetzt natürlich heutzutage Tierärzte und Virologen und andere Leute, die irgendwie was von sich geben, die man als absolute Wahrheit abgespeichert hat oder auch Politiker natürlich. Und das jetzt in Frage zu stellen, geht für viele Leute nicht aufgrund dieser Tatsache. Weil dann müssten sie ja diese inneren Introjekte in Frage stellen und das geht für die nicht. Da gehen die lieber mit unter oder kämpfen lieber. Einer derjenigen, der das ganz früh auch schon erforscht hat in der modernen Psychologie, ist Dr. John B. Watson. Der hat nämlich die Experimente von Herrn Pavlov mit den Hunden übertragen auf die Menschen und hat damit den Behaviorismus begründet. Das ist quasi die Grundlage gewesen für die Verhaltenstherapie, die ja heute so die Kassenanerkannte-Therapie schlechthin ist. Und er hatte diese Prägung, äh die Prägung, er hatte die Meinung, dass Mutterliebe das Kind abhängig macht. Und ja, da haben ja heute immer noch viele Eltern Ängste, das Kind zu sehr zu verwöhnen und so weiter. Diese ganzen Dinge, das ist ja alles von der Bindungsforschung weitestgehend widerlegt worden. Und er machte dann halt so unangenehme Sachen, wie dass man einem Jungen oder einem Kind halt eben einen negativen Reiz setzt. Also erst einen positiven, also einen neutralen Reiz und dann einen negativen Reiz drauf heimert und mit dem Hammerschlag. Und dann eben dieser Schreckreflex quasi verankert wird und dann in Folge dessen jedes Mal, wenn der neutrale, eigentlich neutrale Reiz gezeigt wird, ähnlich wie bei Pavlov die Glocke, dass dann zack die, ja die Konditionierung da ist und ja der Schock quasi eintritt. Und deswegen, er hat dann auch so Anweisungen gegeben, dass man sein Kind nicht umarmen soll, dass man ihm nur formell die Hand geben soll und dass die Reinigkeitserziehung schon mit acht Monaten abgeschlossen sein soll. Wir wissen heute, dass wir, ja welche negativen Folgen das hat, wenn das so erzwungen wird. Und dass es eben, ja auch gut wäre, das Kind möglichst lange alleine zu lassen. Also ich hatte da schon öfter auf hingewiesen, dass das keine, ja keine Erfindung von Johanna Harra war oder von den Nationalsozialisten, sondern dass das quasi State of the Art war, 1920 in Amerika in der Psychologieforschung. Er sagte ja auch, geb mir ein Dutzend wohlgeformter, gesunder Kinder und meine eigene, von mir entworfene Welt, in der ich sie großziehen kann. Und ich garantiere euch, dass ich jeden von ihnen zufällig herausgreifen kann und ihn so trainieren kann, dass aus ihm jede beliebige Art von Spezialist wird. Ein Arzt, ein Rechtsanwalt, ein Kaufmann und ja sogar ein Bettler und Dieb. Ganz unabhängig von seinen Talenten, Neigungen, Tendenzen, Fähigkeiten, Begabungen und der Rasse seiner Vorfahren. Genau, das hat der Watson so gesagt. Einer seiner Nachfolger ist ja Skinner, mit dem hat ja Karl Rogers, der ein Hauptvertreter der humanistischen Psychologie ist und mit Hauptbegründer, mit dem hat er sich ja quasi, ja, angelegt. Er hat das dann weiter untersucht und operante Konditionierung genannt, eben halt diese Rattenversuche. Und da ging es eben auch ganz stark wiederum darum, Tiere abzurichten und dann eben das auch auf den Menschen zu übertragen. Und ja, Skinner ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein, ja, ist ein Hauptvertreter natürlich auch des Behaviorismus und er ist ein klassisches Beispiel dafür, wie wir Menschen eben konditioniert im Sinne von eines falschen Selbstes, wie Arno Grün das nannte. Er war auch ganz, ganz ehrlich, er hat also gesagt, da Freiheit und Menschenwürde, das sind Illusionen. Deswegen heißt es eines seiner Bücher Beyond Freedom and Dignity. Und er sagte auch, dass die Erdbevölkerung für ihr Überleben eben gezielt manipuliert werden muss und dass eben jeder Mensch nicht mehr ist als ein Bündel von Verhaltensmustern. Ich hatte ja auch letztens über Delgado in dem Gehirnchip-Video was gebracht. Er, Delgado war ja auch in der Zeit und hatte eben die Idee gehabt, dass die Menschheit mit diesen elektrischen Stimulationen gerade im Gehirn dahin gebracht werden muss und soll und dass es auch so etwas wie Freiheit in dem Sinne nicht gäbe. Genau. Ja, also das, angeblich hat er auch seine eigene Tochter in so eine Box gepackt für irgendwie längere Zeit. Habe ich jetzt keine Quelle zu. So, dann gab es natürlich diesen Aufschrei durch Harlos Primatenforschung, wo alle total überrascht waren, dass dann auf einmal dieser Babyaffe, den man da isoliert hat, auf eine mit fellbezogene Stoff oder mit stoffbezogene Puppe springt, obwohl er bei der Gitterpuppe Milch kriegt und bei der Stoffpuppe kriegt er nichts. Und trotzdem ist er immer zu der Stoffpuppe hingelaufen, vor allen Dingen, wenn Harlo dann da so eine Art Roboter auf ihn draufgeschickt hat, der ihn dann erschreckt hat, dann ist er immer wieder zur Stoffpuppe gelaufen. Und das muss man sich mal vorstellen, das war dann so 1957 und dann eben 60er Jahre, da war die Bindungsforschung so weit im Keller da also noch, dass man sich zu der Zeit ja auch immer noch gefragt hat, also bis später noch hinein, ob Neugeborene überhaupt Schmerzen haben können. Also man hat ja lange die Neugeborenen operiert, auch ohne Narkose, weil man überzeugt war, also die Medizin, der Stand der Wissenschaft war überzeugt davon, dass ein Säugling keine Schmerzen haben kann. Und ja, wir haben also jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema der Suggestibilität gehen, diese Situation, dass wir ein Trauma haben, einen Schock, einen Nervenzusammenbruch oder einen Schock im Nervensystem haben, dadurch entsteht eine extreme Ermüdung und Erschöpfung im Gehirn. Daraus kann wiederum eine Spaltung des Bewusstseins passieren und eine drastisch gesteigerte Hypnotisierbarkeit. Und das ist natürlich etwas, was in verschiedenen graduellen Abstufungen abläuft. Auch die Spaltung des Bewusstseins, das kann bis zu einer Dys gehen, also bis zu einer Persönlichkeitsstörung, die so tief gespalten ist, dass diese einzelnen Facetten voneinander nichts wissen. Und es können aber auch einfach Ego-States daraus entstehen, wo man schon noch einen Zugang hat zu, ja, im Alltag. Und ja, ich denke also, diese ganze Situation aktuell eignet sich zumindestens, ob es gewollt ist oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden, aber sie eignet sich zumindestens dazu, diese Strukturen in Menschen hochzufahren, zu erzeugen und sie sehr stark in diesen Schreck- und Schockzuständen immer wieder drin zu halten und sie dahingehend abzurichten. Und das hat Porges in seinem Paper ja auch beschrieben, dass wir genau diesbezüglich uns in einem Dilemma befinden, denn wir sollen uns schützen mit diesen zum Beispiel Masken, mit der Isolierung, also Isolation. Und auf der anderen Seite brauchen wir, um gesund zu bleiben und am Leben zu bleiben, die Verbindung. Und beides zusammen geht halt nicht. Das ist eine, ja, wie soll ich sagen, paradoxe Zwickmühle, aus der wir so nicht rauskommen. Und deswegen gibt es jetzt ja immer mehr, zunehmend mehr Mediziner, die das Ganze auch in Frage stellen, vor allen Dingen auch im Hinblick der Folgen und der Kosten-Nutzen-Rechnung und der Kollateralschäden, die dieser ganze Wahnsinn hervorruft und noch hervorrufen wird, wenn jetzt weiter die Lockdowns erfolgen und so weiter. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und passend ist es natürlich, wenn man jetzt die Menschen hinterher so fertig hat, bereit hat, dass sie dann quasi nachher jeden Blödsinn mitmachen, was auch immer das dann sein wird, wo man sie dann vielleicht auch hinhaben wollte von Anfang an. Das kann ich nicht sagen. Ja, ich wünsche allen ein gutes Erden- und Verbundensein. Auch in dieser Zeit, in der das Verbundensein trotz der Maskierung sehr, sehr schwierig ist, und ich wünsche Ihnen das vor allen Dingen innerhalb der Familien und im Umgang mit Ihren Nächsten.